Also ich glaube, es ist egal, ob wir links oder rechts sind oder antifaschist oder kapitalist. Weil ich glaube, Krieg fängt nicht an, wenn wir uns erst die Köpfe einschlagen oder irgendwelche Ideologien aufstellen. Sondern das, was jetzt gerade passiert ist, war auch Krieg. Weil Krieg entsteht, wenn sich zwei Menschen trennen. Und wenn zwei Menschen sich trennen aufgrund ihrer Religion oder aufgrund ihrer Ansicht, ihrer politischen oder irgendwas. Und wir haben jetzt auf einem Friedensnema auch gerade Krieg gemacht. Das, was hier passiert ist, war der Anfang für Krieg. Und Krieg wird das dann beendet, wenn wir jeden so akzeptieren, wie er ist. Und wenn wir mal unseren Kopf ausschalten und mal daher hören. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.